hey leute oder herzlich willkommen zurück zum bausimulator 2015 und ich fahre mit dem dien cooper der gerade neben mir sitzt ich aber nicht zeigen kann ich fahre jetzt gleich zum sägewerk und hole das was wir noch brauchen und der dien den schmeißig ist gleich eine firma raus ich schmeiße ich nicht raus du bist ja der beste abzube ich schmeiße neben mir raus vielleicht sollten wir noch so einen kleinen wagen holen wo sollen wir hinstellen ist das genug hier so verpiste ich so was auch ich muss ja das macht mir nix so pass auf ich muss mal gucken wo ist das sägewerk moment ich würde selber finden der hat einen handel großteil zu folgen gartenhandel sägewerk ich habe schon alles klar okay dann fahren wir mal runter ich hole schnittholz und der dien holt im garten hinter den rasen wie fährst du denn das sind die sachen die wir noch brauchen ja und du hast ja pkw eingegeben wenn wir nicht sagen ja sicher ich bin an den normal vorbeigefahren warum ist er dann stehen geblieben da musst du so gut kennen ja das ist mir schon klar schaffst du so ich fahre schnell zum sägewerk und hol das schnittholz da muss ich mir einen stapler leihen oder was kann sein dass da noch einer steht waren wir da schon mal ja noch mal gucken so recht schön weit entfernt das sägewerk die fahren einfach raus hier da wirst du schon von um sie und so weiter kennen ja aber doch so was nicht ja vor allen dingen ist ja warum sie schon ewig her dass ich da mal gezockt habe hier ist ja der stapler steht dort steht hier noch okay ich stelle die karre mal eben ab einmal rechnungszahlen ja habe ich sei froh da ich bin gerade ausgestiegen nächstes mal wahnsinnig aber vorne unser geld wird langsam nicht wenig so ich rede eben zu dem people ein hello people so ein wunderschönen guten tag herberti ich hätte gerne wie viel brauche ich jetzt davon einmal kannst du mal gucken da kann ich mache sie an der frage einmal einmal lärchen ok ja welche ist das ja ja habe ich so palette steht hier ab auf den stapler ich wieder stapler palette aufladen los geht's jeder der mann der 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 sich auskennt der mal stapler gefahren hat der wird mir gleich recht geben dass das bei dem dass der wenn man hier vom gas geht deren genauso reagiert wie ein linde stapler jeder der das weiß wird das bestätigen der überhaupt stapler fährt der weiß dass das linde wenn du vom gas geht sofort bremst und da ich ja früher mal ganz früher bei einem getränke handel gearbeitet habe und du kleines arsch gesicht nein und und ich riesen probleme hatte mit linde stapler und könnte euch ja nicht vorstellen wie viele paletten da im arsch gegangen sind also da haben wir auch schon direkt die begründung warum der laden pleite ist den laden gibt es noch größer größer denn je seit ich weg bin ja warte ab du kleines dummes so einmal lärche sagt warum kann ich die ladung nicht sichern anladung befestigen befestigt los geht's freunde der sonne licht aus los geht's so man jo ich komme wieder zurück die fahrne wie die wollen ehrlich ohne witz das ist doch nicht normal naja man sollte auch nicht mit mit fast 100 über der landstraße fahren lkw ist auf der landstraße 60 erlaubt und nicht hier was ich hier mache bist du fertig da oder was hörst du mich ja ich sehe die auf der karte noch kurz die ladung ist und dann bin ich auch schon alles klar dann stellen wir das ding erstmal in der ecke da ne ja genau ja ich weiß ja nicht wir machen ja jetzt verschiedene sachen die du eigentlich normalerweise sollte man das ja aus dem scherpig der mauszeiger wieder sollte man hat ja machen und zwar in der reihenfolge aber es geht ja nur darum wie der dien vorhin schon gesagt hat dass man die sachen in den markierten bereich stellt und sonst nix außerdem kommt immer jede lieferung deutlich früher als geplant ja logisch er wäre früher zu spät genau ich vergiss dann immer wieder wie war mit dem blinker eins ist links zwei ist warm blinker und drei ist rechts oben an oben an der tastatur ne ja gut aber wenn du mit controller spielst du willst das dann machen das funktioniert jetzt steht er hier im weg junge warum bist du denn ich habe ich bin noch stehen geblieben mann ich mache mir keine sorgen mehr ja dann blinke ich halt auch ich finde nur doof dass man immer selber ausschalten muss hier geht es aber aus zweimal waren blinker ja ich halt jetzt aber erst mal die rundum leuchte ein aber waren die gebraucher nicht gar nicht also ich höre nix warum gottesdienstzeit warum höre ich dann eigentlich nicht also die feuerwehr hat man das eine mal gehört der waren blinker der geht von alleine an wenn du wenn du rückwärts fährst ich kann aber nicht aus dem auto gucken das doof also muss ich die angesicht nehmen nutzt ja alles nix so warte ich komme einmal ja da muss immer warum fährst du da dahin weil ich ja einmal jetzt die moment ja das nervt mich irgendwie dass die kamera sich nicht immer so hinstellt wie man dann eigentlich braucht wenn ich mal am besten nein eigentlich so gesehen mit dem kran auch zu dir rüber ach so ja sagt doch gleich moment muss mir sagen wie ich mich hinstellen soll wenn ich muss die kamera muss die kamera wieder drehen soll ich weiter einschlagen nein habe ich noch nicht warte 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 mache ich aber sofort so warte ich steig eben aus und in sicher die ladung ja mit dem kran sieht es natürlich am besten aus warte mal mal nichts machen lass mal so hängen und sag mal tschüss jawohl alles klar und weiter jetzt das mittagspause was nein allein so ich verlaute mal wieder weg bei den brauchen wir jetzt im moment nicht so das haben wir schon mal den abschließt abgeschlossen ja hat eigentlich den teilen hat schon mal korrekt bringen warum wir nicht mehr sicher hundertprozentig ja warte mal da gut aber gleich ist man nach also ich komme mal zu dir du könntest dir ein neues fahrzeug leisten ja braun war wirklich also den rollrasen brauchen wir ja gar nicht mehr jetzt nicht so was passiert denn jetzt so weil ich gucke mal eben nach was müssen wir jetzt machen jetzt aufträge aktive aufträge okay das haben wir ja geschafft so den container der container kommt jetzt ne genau alles klar das stimmt allerdings und ich hau lieber ab hier ja du bist ja der beste lkw fahrer aber da gucke ich mir jetzt nicht an weil ich gucke noch mal nach den aufträgen ob wir den britischen wagen wie die weg stellen können abschnitte drei zweimal rollrasen haben war okay alles klar ich bin die kann ich war doch du kannst denn ja konntest du den den bagger hier hinbringen mit dem container ja auch klar bringt den britischen wagen weg ja okay ich stelle eben am hof der dienen baggert jetzt ein bisschen ist er sowieso seine liebsten beschäftigung mit der baggerei mach mich fertig auf den tisch hier ist voll der stau hast du da irgendein umgebumst lady sie können nicht einfach über die straße laufen hier ist voll der stau auf ihren vollen unfall gegeben nenne so ich pack mal eben wieder ein den brauchen wir ja nicht mehr so dann mal eben schauen oh gott der übertreibt auch wieder eine maßlos maßlos übertreibt der bingel sondern stück vorfahren alles klar aussteigen karte steht gott so ich komme mal wieder zu dir und zwar da ich ein sportlicher mensch bin komme ich hochgelaufen hier steht material hast du es gewusst und hier ist immer noch der unfall ich gucke mir das mal an leute was hier los er geht sie weiter hier gibt es nichts zu sehen was denn los hier weißt du wo fährst du dich wie ich doch ab meine güte es ist zum kotzen okay ich komme zu dir rüber ja du bist dazu wie ich das lieber zweimal weil jetzt muss er arbeiten der chef kommt der chef ist auf dem weg da ist der chef ich möchte ja nichts sagen aber du baggerst alles daneben wenn der chef nicht da ist alles scheiße weißt du das ach selber nein 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 aber du haust ja alles daneben so geht das richtig so macht er das richtige kleine der kleine schnubbel und weiter und weiter und weiter und weiter kleine gartenarbeit komischerweise und da hinten da an der seite steht dann haus hat wir letztens gebaut haben ja wir sind gut könnte euch zugehen ich bin ja du bist ja der beste azubi ja 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 na klar ja und wie die ganze geschichte hier weiter geht dann sehen wir im nächsten part leute bis denne dien ja mach weiter alles klar leute macht's gut bis im nächsten part tschö bis dann tschö bis dann tschö